und damit herzlich willkommen zu minecraft und ja wie ihr seht wir standen hier schon ein bisschen länger rum und so weil ja ich muss das mit der folge beginnen als mit der aufnahme und das ist so ein zeug und ja dann haben wir jetzt schon ein bisschen mehr zeug halt im tag und ich hoffe dass uns nicht irgendjemand direkt pushen kann wenn unser bett weg ist so wie in letzter bettwurstfolge in der aufnahme würde es ganz nice finden wenn das mal länger als 10 sekunden überleben würde das wäre doch nicht ganz gut aber vielleicht bin ich auch einfach undenkbar dass es überhaupt 10 sekunden werden ja das glaube ich eher ich meine das ist ja auch schon wirklich viel verlangt von mir pink will keinen stress aber ich verstehe es übrigens leute ich nehme nicht auf falls ihr euch fragt ja also das ist der Grund weshalb man diese folge nur bei mir findet also ja einfach mal ja ne macht mal eine solo aufnahme aber halt mit jemandem dabei das ist eigentlich ein schatz der komisch trinkt wenn man mal darüber nachdenkt aber hast schon und ja ich habe unser bett auf jeden fall ein holz eingebaut ja pink mit stress wenn die kopf ist da also ich hol mir blöck damit ich mich gut inbauen kann ja das ist der nachteil wenn man sich halt zurückkommt wenn du willst stress dann bekommst du stress der hat sein bett voll schlecht eingebaut ja ich gehe kurz pushen baue ihr bett ab und dann kannst du sie töten ja ich bin auch da danke für den boost ja ich hab's nicht geschafft jo der kann übelst klasse kombon aber ihr bett ist weg pink ist tot so gesehen aber ich werde auch sterben der eine von pink hat glaube ich verlassen weil es ist nur noch einer bei pingu und ich habe niemanden getötet ja dann dauert es wohl nicht bis pink kommt ich glaube das ist wieder der enderman der ja einen anderen haben sie mich da weil er eh nichts mehr zu verlieren hat genau das wird der grund sein bis er jetzt kommt ja nein der hat auch unser bett er hat uns weg gesprungen aber er ist tot ja er hat zwar unser bett aber ich habe ihn nicht mehr gelatzt eigentlich ist die runde gar nicht so schlecht wir haben diesmal wenigstens mal wieder ein team ausgelöscht ja ticketzone wurde in die berg getreten müssen wir halt nur gucken dass niemand anderes kommt müssen wir halt vorsichtig spielen ja jetzt halt würde ich eher halt darauf gehen dass wir uns auf unser inser verstand ja und ja was ich ganz vergessen Leute weil wenn ihr diese Folge bei is love seht dann war bei ihm dann ist bei mir wahrscheinlich ein stream auf meinem kanal online neuer von badwars weil er kann ja noch nicht streamen ich bin der einzige der stream kann wegen meinem wunderschönen internet ich bin emotionaler support und falls ihr fragt ja mein haus in matrix ist immer noch kaputt das wird auch wahrscheinlich die nächste zeit kaputt sein weil ich zu faul bin das zu fixen ich hab nur so gemacht dass keine monster mehr reinkommen die frage ist findet bauer willi jetzt dich besser weil du mein haus weggestrengt hast und das hässlich findet ich bin das war ja eigentlich mein plan achso du wolltest dich nur einschleiten ich verbinde mich mit achso du kommst jetzt auch jeden tag mit revolver vorbei und strengst mich weg ja achja kaum nachdem ich bashed den internet gesagt hab hat es angefangen bei mir zu laggen ich glaub mein internet mag nicht dass ich das im internet so darstelle das war soweit und dann als nächster habe ich 3 gold und an 6 Gold habe ich auch hingeknickt ja ich habe jetzt die beste Schlitzhacke in dem ganzen also eine der besten Schlitzhacke in dem ganzen ja ich habe die Schlitzhacke und die Axt und Eisenschwert und Eisengolste warum bin ich in die Wolle geknitscht nein ich bekomme gerade übelst einen Herzinfarkt nein ich sterbe gerade durch Wolle sterbe durch Wolle nein Leute was machst du ich mach nix ich bin nix ich stecke irgendwie in der Wolle nein das war sogar dein final kill ja ich fall oh Gott ich baue mich einfach nur hoch um mal Diamanten abzuholen und was passiert ich glitsche irgendwie in die Wolle rein und komme nicht mehr raus und das war es dann wieder mit dir ja das war es mit mir das war kein schöner Tor und pass auf die Wolle isst Menschen und ich komme noch so und zeig das ist wieder eine bessere Runde ja das ist so einfach geht's so naja ah ja her Report ich kann echt nываем im Folge im Folge im Folge w Ron As comercial dun Danke. 4 Dias habe ich. Ich versuche die Hunde jetzt einfach noch zu holen. Ja, mach das. Alter, wie lange habe ich nicht mehr gestreamt? Ich weiß gar nicht mehr wie das geht. Wieso denn einmal? 6 Amorales ist ein bisschen viel. Ich kann mal die Emoraldi Forge und dann mache ich mir irgendwie ein Dias Schwert. Ah, geil, blau. Nice. Nachher ist der andere auch noch entspannt. Eine habe ich aber noch. Nice. Jetzt haben wir auf jeden Fall. Nicht gewonnen. Der Kies hat gewonnen, leider. Oh. Okay. Nein, ich müsste... Der Stream ist aber immer blöd, weil ich halt keine zwei Bildschirme benutzen kann. Ja, das heißt... Dann musst du ab jetzt mal ein bisschen gucken und ob vielleicht auch mal... Hä? Ja, ich gehe auf deinen YouTube-Kanal. Dann musst du mal gucken, ob der vielleicht irgendwann, also wenn, sobald ich den anschmeiß, läuft. Und ob vielleicht Leute in den Chat geschrieben haben. Weil das kann ich alles nicht sehen. Ah, du hast Murder Mystery 1.0 vor zwei Tagen hochgeladen. Fällt was auch? Ja. Das habe ich noch gar nicht gesehen, weil ich dort nicht auf YouTube war. Dein letzter Stream war vor zwei Jahren. Okay, ich muss jetzt wieder weiter aufnehmen. Jo. Und so, starten wir gleich in die zweite Runde von dieser Folge. Und ja, also... Auf jeden Fall, Birke streamt jetzt dann auch gleich, soweit ich weiß. Ja. Das heißt, wenn ihr das Video seht, ist das Stream schon vorbei. Das heißt, er hat es eigentlich besser als ich, weil er ja nicht warten muss, bis das Video online ist, sondern er kann einfach gleich das zeigen. Aber ein Video schauen sich halt dafür mehr Leute auch noch nachher an. Ja. Aber... Ja, vielleicht werden ja auch ein paar Zuschauer von dir mal Fragen an uns stellen. Das wäre auch interessant. Ja. 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 Wir wollten eigentlich schon Fragen waren von, aber haben wir noch nie gemacht. Ja, nur halt zu Fragen, die von der Seite gehen wir aus. Ja. Und... Das Bett von Aqua. Nice. Ja, wenn du hier redest... Ja. Hetzt ich hier die Leute. Ja. Ja. Ich... Ich hab mal, ob ich... Ob Aqua... Ob ich Aqua komplett äh... Killen kann auch. Also ich helfe mit. Ja, ich weiß gar nicht, wo Aqua ist. Ich geh hier grad... Er ist durch die halbe Map gerannt. Die Runde ist ja schon wieder fast vorbei, wenn man auf die Teams genau eben braucht. Ja, das stimmt. Pink, Alter, Aqua geht einmal komplett um die Map und rasiert alle. Also pass auf, wenn die kommen. Dann sollte ich vielleicht besser zu unserer Base zurückkommen. Ja, das auf jeden Fall. Okay, ich mach's einfach auf den schnellen Weg. Ja. So, dann einmal Sharpness holen. Okay. Ich bin hier einfach auf der anderen Seite der Map. Egal, Sharpness ist gut. Damit kann ich uns besser verteidigen als wir ohne. Ja, und die Aqua ist gerade in der Mitte. Ich zeug einfach mal deren Weg, weil dann kann ich sie fetzen. Hast du zufällig Gold oder so? Ja, acht Stück. Bis ich bei dir bin, hast du auch acht Stück. Das könnte sogar wahr sein. Ich brauche nur noch ein Gold, dann kann ich uns aber komplett in Holz einbauen. Das ist schon mal was besser, das ist halt wie das, was wir gerade haben. Wie viel Emorates braucht man nochmal um für ein Diaschwert? Äh, man braucht vier Smaragdor. Okay, ich chill hier nochmal ein bisschen in der Mitte. Und dann, KT bei uns. Unser Bett ist weg. Rot hat's gekillt. Ja, ja. Geh weg von uns, Sand. Ich hab Rot gekillt, ja, also den, der mich angegriffen hat. Aber unser Bett ist weg. Okay, dann kommen wir auch in die Mitte. Ja, ich komme erstmal zu Aqua. Ja, dann brauchst du auch nicht jammeln. Dann komm. Ja. Du legst gerade komplett, ne? Ich weiß, ich merk's. Ich mein, was warst du von meinem Internet, dass es gut läuft? Das wär ja zu schön. Und ach ja, was ich bei Magic vergessen hab, dadurch, dass das jetzt eh meine Aufnahme ist, fühlt es sich auch nicht so weird an, einfach darüber zu reden. Aber ja, ihr merkt vielleicht, dass man weniger von meiner Tastatur im Hintergrund hat und so, weil ich ein bisschen halt rumgespielt hab mit der Audio-Einstellung. Mit der Hilfe von dir natürlich. Also du hast mir dort ein bisschen was empfohlen und so. Ja. Weil ihr merkt ja auch verpeinlich, dass ich seit Bad Wars 1.0 auch eine etwas bessere Soundqualität hab. Ne, seit Bad Wars 2.0 erst. Ja, aber das ist noch nicht online. Ja, genau, das ist noch nicht online. Aber. Und mir fällt auf, es ist nur noch der eine von Rot, der gegen uns lädt. Hier, komm mal her zu mir. Du bist bei. Bau dich mal rüber zu dir in dir. Für die Insel. Ja, weil wir brauchen ein paar mehr Dias. Tapfens-Dias. Rot war grad bei Rot. Rot war grad bei Rot. Wie viele Dias brauchst du? Wie viele Dias brauchst du? Ich mach wohl einfach mal so ein paar, so hab viele da halt Sinn. Und dann hol mal... Ich hab fünf auf jeden Fall, grad im Inventar. Ja, dann hol mal Protection. Ja. Wollen wir deinen Tod pushen oder wollen wir das eher uns pushen? Ne, wir wollen das eher uns pushen, dann haben wir höhere Chancen. Okay. Okay. So, dann hol ich für mich auch noch mal kurz die Errüstung und dann farm ich für dich, Emeralds. Okay? Jo. So, der erste Win und ich nehm dich auf. Wow. Wahrscheinlich würdest du sein, ich kann uns Protection 2 holen. Ja, das ist sehr gut. Jetzt hab ich noch ein Dias Schwert geholt. Ey, 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 okay, komm mal her. Dann wieder ein Dias Schwert. Ey, ich hasse mein Leben, Alter. Jetzt hab ich mich auch noch verdrückt. Dann das Steinschwert werde ich eh nicht mehr brauchen. Das kommt gleich in den Beug. Ja. Und wieder drei neue Emeralds-Farm. Ich hasse mein Leben. Aber ja, das wird tatsächlich dies aussehen. Ich will vielleicht auch noch mal Eisen oder so. Eisenrüstung, würde ich noch mal vorher messen. Das wär cool. Oh, Rot ist da. Rot, Rot bleibt mich an. Der kann übelst Combo'n. Der kann, ich bin in der Mitte. Der kann übelst Combo'n. Oh ja. Der kann übelst krass Combo'n. Ja, ja, ja. Ich bin am Fall schon gestorben. So close am ersten Win, Leute. Aber ja. Ja, okay. Das hat mich jetzt, das hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, dass es diesmal nächste Folge in Win wird. Diesmal noch nicht, weil jetzt endet ja die Folge schon wieder. Also ja, ich würde sagen. Ja, jetzt kommt mein Stream. Ich weiß nicht, ob du deinen Zuschauern auch Bescheid gibst oder so, weiß ich jetzt nicht. Ja, also, auch wenn ihr das wahrscheinlich nach dem Streamer sehen werdet. Schaut in den Streamen trotzdem und schaut immer bei CoolKauf vorbei. Er ist immer bei den Videos, wo er mit drin ist, verlinkt in der Beschreibung. Und wenn das nicht reicht, auch in den Kommentaren jetzt und ab sofort. Aber darauf warte ich noch, wie sehr das sich ändert. Weiß ja bei unseren Abonnentenzahlen dadurch. Weil Kommentare schauen sich Leute eher an als die Beschreibung, habe ich das Gefühl. Ja, also ja, ciao Leute. Ja, also. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.